Hi, hier ist dein Coach Christian. Heute bin ich hier zusammen mit The Iceman, Wim Hof. Wim Hof ist eine lebende Legende, er hat über 20 Guinness-Buch der Rekorde, Weltrekorde zum Thema Kälte. Unter anderem ist er 66 Meter unterm Eis getaucht in der Arktis. Und heute werde ich mit Wim Hof seine, er hat eine Methode entwickelt, die Wim Hof Methode, und heute werde ich mit ihm die Atemtechnik dazu üben. Wim Hof, kannst du uns mal erklären, die Atemtechnik? Ja, und ich erkläre es in Englisch, weil ich mehr in Englisch praktisch bin. Es scheint, dass diese Atemtechniken Menschen in eine Kontrolle bringen können, und ich denke, dass sie nicht möglich sind. Und jetzt, in ein paar Minuten, Sie sehen, Christian, dass sie in der Retention gehen, das bedeutet, zu stoppen mit der Atemtechnik, sogar nach der Atemtechnik, und kontrolliert, ohne Druck, ohne Stress, und zu halten, drei Minuten nach dem Exhalation zu halten. Das macht unser Körper und unser Gehirn sehr tief in der Aktivität. Und dann bekommen wir das, weil wir das tun, Und wenn du das machst, du kriegst diese Kontrolle. Die Neurologische Pathwäste werden dann sich selbst natürlich erstellen. Und dann lernen du, wie du mit Stress beschäftigst. Und wir haben das in den Krankenhaus mit diesen Leuten gemacht. In ein paar Tage. Wissenschaftler. Wissenschaftler. Und sie haben alle Bacterien injektiert, das normalerweise macht Menschen sehr sick. Und jetzt haben sie alle Kontrolle. Es ist alles zu dir. Wie besser wir das machen. Denn das funktioniert. Und wie sie in sehr schönes Franschen sagen. Das funktioniert. Okay. Da wir sind. Relax. Do was es braucht. Relax. Let's your thoughts go. Relax on the couch. A relaxed body is able to receive more oxygen within the deep tissue. That's why. Just relax. You can make the oxygen go better into your body. By using your belly, your chest and even your head. You are able to receive oxygen into your head. We have shown this in high altitude training up in the Mount Everest and Kilimanjaro. Amazing stuff. Fully in. Letting go. Yes. Your belly. Chest. High. Letting go. It is as simple as you see. Fully in. Letting go. And fully in. Letting go. What I suggest is to do this four rounds in the morning. On empty stomach. It changes your biochemistry in the blood. Completely. Letting go. Here comes the last one after this one. Here comes. Fully in. Letting go. We count. You can see it all on the stopwatch. There is no force going on. We change the blood chemistry. He is learning to have control over the deepest of his brain. Keep on going. Almost 120. Without air in the lungs. The old mechanisms say. You are going to die. You are not breathing. Because this is round number one. He is still without breathing. We don't need to do. Yes. Exactly three minutes. Fully in. And hold. Hold. And squeeze a little bit to the head. Well done. Just one round. Imagine what he is capable of. In two rounds. Three rounds. Four rounds. Longer and longer. Longer. Without air in the lungs. Staying without breathing. Can you imagine. What you are doing with your blood chemistry. With your brain. With your physiology. It's amazing. And you can do that too. Es ist ein sehr sehr gutes Gefühl jetzt, wenn ich mich reinhöre, ist im Körper absolute Ruhe und jetzt absolute silence in your body. Das ist es. Partizempathic nervous system. Der Kopf fühlt sich voller Energie an durch das Einatmen und die Luft noch mal oben im Kopf halten. Also und jetzt ist absolute innere Ruhe. Danke. Danke, man, für das. Unglaublich. Und was er macht, ist wirklich der Hammer. Probier das selber mal aus. Ich baue dir einen Link hier unten unter das Video in den Beschreibungstext rein und da kannst du einen kleinen kostenlosen Kurs zum Wim Hof seiner Methode machen. Willst du über diese Mini-Klasse sprechen? Es gibt eine freie App und eine Mini-Klasse. Und es zeigt all die Fundamentale, all die Grundsätzungen, die von Wissenschaften erhebten. Es ist alles da. Du hast es besser gemacht, weil es gut für dich ist. Du fühlst dich gut. Es ist unglaublich. Es ist so einfach und so effektiv. Dang. Bang. Du. Us. Was? Cool. Probier das selber mal aus. Schön, dass du dabei warst. Klick, wie gesagt, hier unten findest du die Mini-Klasse. Und wenn dir der Kanal gefällt, abonnier den Kanal, weil du weißt, der Weg der kleinen Schritte macht dich erfolgreich. Und jede Woche lade ich hier ein neues Video hoch auf YouTube. Schreib gerne deine Gedanken unter das Video und wir sehen uns beim Video. Gib ihm gerne auch einen Daumen nach oben. Bis dann.